So Leute, es fängt leider an zu regnen. Hier ist der zweite Zylinderschwell. Mal schauen, hoffentlich fliegt der diesmal hoch. Hoffentlich brennt es auch. Hoffentlich sieht man was bei dem ganzen Regen. Auch noch was verschwommenes. Es liegt hoch. Es liegt ganz hoch. Scheiße. Das hat sich angehört als wenn das Rohr explodiert wurde. Scheiße. Nein. Gut, dann muss ich die in der Mitte noch besser verdämmen. Also das Rohr ist weg. Überall. So eine Scheiße. Naja. Das nächste Mal mache ich es besser. Tschüss bis zum nächsten Video.